Man sollte nicht über den Menschen regeln. Lass das Geheimnis regeln. Das Buch der Lichter, das Buch der Bücher und der Heilige der Menschheit. Aum. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Teil 2 unserer Trilogie der Unsterblichkeit. Das letzte Mal hatten wir gesprochen über den Urgrund. Wie komme ich in diesen Urgrund? Dem Ende des Leidens, der Quelle, der ich entspringe und zu der ich zurückkehren kann, wenn ich will. Da muss es ja einen Wegweiser geben. Und dieser Wegweiser ist das Buch des Lichts. Und das fängt schon bei den Kindern an. Das Buch des Lichts für Kinder zeigt auch den Kindern, dass ihr wahres Heim hier nicht ist. Ist nicht hier. Ich weiß, da wird viele Eltern erschrecken sollen. Das sage ich meinem Kind nicht. Das macht nicht. Aber du gehst ja mit deinem Kind auch in die Kirche und sagst, guck mal, da ist der liebe Gott. Da gehst du zurück. Da gehen sie hin mit ihren Kindern. Und wenn das Kind dann mal eine Frage stellt, wie, was machen wir hier in der Kirche? Mama, na, das ist der liebe Gott. Hat der mich erschaffen? Ja. Warum bin ich dann, warum humpel ich dann? Nehmen wir an, das Kind ist geboren worden mit einem Klumpfuß. Hat der liebe Gott den Klumpfuß gemacht? Nein, mein Kleiner. Das ist so. Also, ähm, erstell noch nicht so dumme Frage. Ne, 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 mein Lieber. Also, unsere Kinder sind schlauer, als ihr denkt. Und die Zeit ist gekommen. Sozusagen Kinder an die Macht. Dass die Kinder endlich das werden. Schaut mal. Das sollen sie werden glücklich. Heute sind sie nicht glücklich. Sie werden verdorben. Und werden verkokst. Augenblick. Stimmt alles? Ja. Stromzufuhr. Ja. Durch die Supermärkte. Die Computer. Diesen ganzen Dreck. Durch Porno und alles. Da könnt ihr ja schon im Internet schon ganz rein. Ohne irgendwas. Ja, meine Lieben. Naja, gut. Also, wollen wir mal nicht zu, äh, dominant sein. Obwohl, das Buch des Lichts ist die absolute Dominanz. Das führt uns zurück in den Urgrund. Falls wir dahin wollen. Denn, da sollten wir aber bei den Kindern beginnen und ihnen sagen, nicht der liebe Gott hat dich erschaffen, sondern du. Du. Ich? Wie? Und dann erklärt man den Kindern das Prinzip von Karma und Reinkarnation. Zeigt ihnen, zum Beispiel schon im Buch des Lichts für Kinder, wie das Ganze funktioniert. Schau mal hier. Das ist nur mal ein Überblick. Auf der einen Seite siehst du den toten Menschen, die Leiche. Und die Wesenheit verlässt den Körper. Und getrieben vom Verlangen nach einem neuen Leben, die Wesenheit sinkt in einen neuen, befruchteten Schoß. Und so bist du zu deiner Mama gekommen. Ja, ist ja meine Mama schuld, wenn ich einen Klumpfuß habe. Nein, sie ist nicht schuld. Das Kind ist nicht das Produkt seiner Eltern. Das Kind ist das Ergebnis seines eigenen Handelns. Ein Kind war im vergangenen Leben eben auch ein Erwachsener. Ein Erwachsener ist, sei denn, sie ist als Kind gestorben und so weiter. Das heißt also, du solltest deine Eltern lieben, denn sie geben dir die Möglichkeit, dein Karma auszuleben. Und dann wirst du nicht mehr sagen, der und der und der ist schuld, sondern du wirst die Verantwortung bei dir selbst suchen. Und das ist, meine lieben, Buch, das liest, wäre Verantwortung bei sich selbst suchen. Für alles, alles, was dir geschieht, das hast du verursacht. Und was du anderen antust, antust. Schaut mal hier, liebe Kinder. Schaut mal hier, ein Beispiel. Schau mal, wenn dir jemand was an den Kopf schmeißt. Das kriegst du zurück. Und hin und her, bis der Mensch lernt. Und um den Leidensprozess nicht zu lange zu halten, haben wir das Buch des Lichts für Kinder. Dann können die Kinder das lesen und können sich vorbereiten weiter auf die Schrift. Das sollte übrigens jeder Erwachsene auch lesen, sage ich. Also gut. So. Jetzt. Dieser Urgrund, von dem wir gesprochen hatten das letzte Mal. Was ist das? Wie kommen wir da hin? Nun, ich sage es, Buch des Lichts ist der Wegweiser zum Urgrund. Zurück zur Quelle. Zurück zu dir. Jetzt wird das Kind sagen, was, in mir ist ein Urgrund? Ja. Ja, wie, wo? Wenn du jeden Tag ein bisschen ruhig wirst, dich mal ein halbes Stimmchen hinsetzt oder hinlegst, geleitet durch das Buch des Lichts, meditierst, Seelenatmen, Meditation, wirst du sehen, dass du nicht dein Körper bist. Denn du wirst dich völlig vom Körper lösen, du wirst sogar glücklich sein und wirst denken, na nun, ist da noch etwas? Ja, das wahre Selbst. Und um in den Urgrund zurückzukommen, muss man einiges wissen. Einige Tatsachen aus dem Buch des Lichts. Der Baum saugt ja auch seine Kraft aus dem Boden. Und so kannst du deine Kraft aus dem Urgrund saugen, wenn du sie nicht zu sehr vergeudest in der Welt, mit Computerspielen, den Dreck aus dem Supermarkt, jetzt schon fast gesagt, frisst, der dich krank macht. Sondern wenn du deinen Eltern das Buch zu schließend gibst auch und dass sie sich gesund ernähren und nicht mit diesen Geschmacksverstärkern, die uns alle versklaven. So, jetzt habe ich es gesagt. Wenn man in den Urgrund will, meine Geliebten, dann muss man sich zurückziehen. Schau mal, wenn du vor einem Zimmer stehst und du wirst in einen abgeschlossenen Raum für dich, du musst in den Raum reingehen. In den Urgrund kehren wir zurück, wenn wir uns auf dieses Kernhafte in uns zurückziehen mithilfe von Meditation. Da lösen wir uns von allem. Das klappt nicht gleich beim ersten Mal. Aber wir werden sehen, obwohl wir uns lösen von all diesen vergänglichen Strukturen, verbleibt doch immer noch etwas. Zerstört ist man nicht. Man ist, man könnte sagen, frei von allem Vergänglichen und als veränderlich erabren. Naja, wenn ich mir die Inder anschaue und die Neuplatoniker, die sind ja auch diesen Weg gegangen. Nur wie weit zurück zur Quelle? Das ist die Frage. Wie weit? Haben Sie vielleicht vorher angehalten? Halten die Christen, Muslime und jüdischen Freunde vielleicht beim Himmel der Religion an, obwohl da noch etwas ist tiefer drin? Meine Lieben. Und der Meister Eckhardt hat das auch gesagt. Wer Gott finden will, der sucht in sich selbst. Und wird sehen, dass er Gott ist. Jawohl, liebe Kinder, ihr seid Gott. Götter im Werden. Und ihr könntet das ganz leicht rausfinden, denn Fünfjährige haben bereits diese Strukturen verstanden. Die haben die Eltern gefragt, hat der liebe Gott mich erschaffen? Ja, warum habe ich einen Klumpfuß? Ist das Gottes Wille? Da fangen die Eltern schon an zu fackeln. Und so, äh, ja, m, m, o, äh. Gottes Wille, ja genau. Na, den Gott, den habe ich gern. Ich habe einen Klumpfuß, sagt der Kleine. Und der da drüben, der freche Kerl, der hat keinen Klumpfuß? Das geht nicht. Doch, das geht. Du hast ihn verursacht. Durch deine Aktionen. Du hast vielleicht einen anderen, den Fuß eines anderen Jungen getreten, kaputt gemacht, irgendwas getan. Und du hast so angefangen. Schau mal. Du hast so angefangen. Das muss man auch mal sagen. Sagen dürfen muss man das. Schau mal. Wenn man was sucht, fähnt man es nicht. Schau mal hier, siehst du, du hast so angefangen. Das sind vielleicht andere Kinder geärgert im Schulhof. Damit hast du dir selber, was macht man dir? Er wirft eine Tomate oder was ist das? Eine Tomate. Du hast dir gerade selber eine Tomate an den Kopf gebrochen. Denn wie der Mensch sät, so wird man und muss er ernten. Da hat die Bibel völlig recht. Das heißt also, mach das nicht mehr. Sei lieb zu den anderen Kindern. Und wenn jemand die verhaut, hilf denen. Sonst wirst du als Opfer wiedergeboren. Und schau dich um in der Welt. Weißt du, dass 25.000 Kinder jeden Tag verhungern, während es dir gut geht? Was glaubst du wohl warum? Jetzt könntest du natürlich sagen, ja, dann haben die es ja verdient. Dann haben die es doch verdient, was die gemacht haben. Wenn du denen hilfst, indem du vielleicht erst mal selber das Buch der Lichts für Kinder liest und verstehst, dass wenn die ihr Karma ausgelebt haben, manchmal geht es nicht anders, dass sie dann auch zur Lehre finden. Das heißt, du zeigst ihnen Wohlwollen jetzt schon gegenüber, obwohl sie leiden. Denn auch das Wohlwollen ist eine Energie, die sich ausbreitet auf die ganze Welt. Ja, so ist es. Und nicht sagen, ja, dann haben die ja und so. Oder sagen, Gott sei Dank geht es mir so gut und denen so schlecht. Alles hat seinen Grund. Und wenn du die Gründe verstehst, verhältst du dich ganz anders. Und deine Energie des unterschiedlichen Verhaltens breitet sich über die ganze Erde segensreich aus. Und ja, es stimmt, jeder hat das, was ihm geschieht, verursacht. Deshalb sollten wir ihn nicht verurteilen. Sondern wir sollten uns mit der Lehre befassen. Ja. Naja, also, wenn man den Meister Eckhardt wieder, dann muss man sagen, der spricht ja darüber, dass man das Gotteswunder gefunden hat in sich selbst. Ja. In dem Maße. Aber da hat er sich auch ein bisschen geirrt. Schau mal. Wir wollen ja hier keine Pseudoesoterik machen, sondern wirklich ganz klar. Meister Eckhardt, eine hohe Seele, hat gesagt, in dem Maße, wie der Mensch sich selbst erkennt, kann er zum Erkennen Gottes kommen. Ja, da konnte er sich eben auch nicht ganz von seinem katholischen Glauben vielleicht oder so lösen. Ja. Denn du kannst dich nicht selbst erkennen. Das ist schon unmöglich. Du kannst das erkennen. Der Erkennungsvorgang geht immer von innen nach außen. Der Erkennende ist doch nicht, dass er kannte. Das versteht ja ein Fünfjähriger. Aber wenn ich dieses Buch sehe, das da liegt, jetzt hier hinlege, dann bin ich das doch nicht. Dann bin ich Subjekt, da Objekt. So muss man sich das vorstellen. Das heißt also, die ganze Welt wird belogen und betrogen von diesem Pseudogurus auf dem Internet in diesen Wochenendseminaren, wo die sagen, du kannst dich selbst finden. Das ist unmöglich. Du kannst dich nicht selbst erkennen. Das ist ein Schwindel hoch drei. Die verlangen Tausende von Euros. Ich nehme kein Geld von meinen Büchern. Du brauchst nicht denken. Seit 30 Jahren. Das darf ich nicht. Man hat mir das diktiert und ich musste versprechen, kein Geld dafür zu nehmen. Davon. Auch nicht bei Vorträgen. Nein, 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 nein. Die Bücher, die Kosten Geld, die Produktionskosten für den Verlag und so weiter. Aber ich? No. Also, das ist natürlich, meine Lieben, kein bequemer Weg. Wir watschen, hätte ich schon fast gesagt, immer auf der Oberfläche rum. Ja. Wie in der Ameise im zweidimensionalen Raum oder so. Wir watschen auf der Oberfläche rum. Vom Kern kriegen wir nicht viel mit. Kriegen wir nicht viel mit. Ja. Und die Oberfläche ist eben vergänglich. Die ist eben das, wenn wir uns damit identifizieren, dann leiden wir. Und darum enthüllt sich der Grund uns nur, wenn wir das Außen loslassen, dann kommen wir zum Innen. So einfach ist es. So einfach. Und die ganze Erscheinungswelt erklärt sich dann, meine Lieben. Die ganze Erscheinungswelt. Jetzt müssen wir aber natürlich, das ist ja ein gewaltiger Schritt, den man da unternimmt. Ja. Den muss man jetzt auch beweisen. In Nachweis erbringen. Wir sind ja Teil 2. Ja, Trilogie. 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 Der Unsterblichkeit. Also. Wir haben den, sagen wir mal, den Urgrund bis jetzt, auch die Wissenschaft, die sucht ja auch den Urgrund, leider draußen gesucht. Und da ist er nicht. Genauso wenig, wie im Wasser das Trockene ist, ist der Urgrund da draußen. Dann steigen sie in ihren Raketen, verschmutzen das Universum, machen, verdrecken die Erde und landen auf dem Mond, auf dem Mars und legen dort ihren Dreck auch ab. Wisst ihr, liebe Kinder, die Erde, schau mal, die Erde, von der wir hoffen, dass ihr lieben Kinder euch darauf versteht, warte mal, schau mal hier, gibt es eine schöne, eine schöne Zeichnung. Hier, schau mal. Ja, wenn das denn so wäre, wie das hier, das wäre schön. Aber eigentlich, wenn ich die Wahrheit, wenn man die Wahrheit gezeichnet hätte, dann müssten die Kinder auf einen Haufen Dreck stehen, sehen sie, auf einen verdreckten, stinkenden, stinkende Erdkugel. Nein, sie ist nicht flach, sie ist eine Kugel. Ja. So weit ist es schon gekommen? Und das muss man ja nicht, die haben schon recht mit ihren Protesten, nur sie wissen nicht genau, was es geht. Wir müssen die Zielrichtung ändern. Denn ich habe es ja immer wieder nicht mehr nach draußen uns weiterentwickeln und verdrecken und verschmutzen, sondern nach innen. Wir müssen gewisse Dinge, die wir glaubten, gebraucht zu haben, dann müssen wir verstehen, dass wir die gar nicht mehr brauchen. Alles ohne Quatsch. Ja. Haut euch den Dreck an in den Supermärkten, sage ich immer wieder und in den Computerspielen und dieser Quatsch, da wird die Aggression der Kinder noch mehr verstärkt. Dann werden sie noch wilder und böser. Und die Eltern respektieren sie auch nicht mehr. So. Also. Da eben die Frage wird von allen Philosophien gestellt. Wo kommt das alles her? Und da ist man dann, weil man nicht die Lehre hat, das Buch des Lichts, hat man sich auf einen persönlichen Gott geeinigt. Den hat man auf den Thron gesetzt. Ein Fantasiegebilde von Menschen, die der Lehre nicht kund oder kundig waren. Ja. Und hat gesagt, daher kommt es. Das ist Gott, der Schöpfer. Ach wirklich? Gott erschafft ein Kind mit einem Klumpfuß der anderen nicht. Ah, verstehe. Ja, alles in Ordnung. Und dann sagen die lieben Christen und Muslime, ja, er hat dir einen freien Willen gegeben, sage ich, das ist noch schlimmer. Jetzt geht es Gott seinen Kragen. Jetzt gehört er zu Kreuzgenagel. Aufgrund seiner Allwissenheit muss Gott doch gewusst haben, wie der Mensch den freien Willen benutzt. Na, jetzt kriegt er aber eins auf die Mütze. Gott sei Dank gibt es einen solchen Gott nicht. Und darum schlagen sie sich ja auch die Schädel ein in Israel da und mit den Palästinensern und so weiter. Wegen einem Tempelberg, einem König Solomon, einem David, einer Via Dolorosa, einem Jesus, das alles hat nie existiert, schon gar nicht da. Und wie es wirklich war, da müsstet ihr die wahre Bedeutung der Bibel lesen. Die kann es euch dann sagen. Man hat aber damals die Inder einfach nur einen guten Gott drauf geführt. Pop, da ist der Boss. Und das haben sie gleich gemacht. Sie haben ihn verehrt, angebetet und ihn geopfert. Und in der Bibel wissen wir von dieser Perversion, dass Gott sich erfreut am Duft des Brandopfers der gebrannten und geschlachteten Tiere. Ja, seid ihr denn mit dem Klammerbeutel gepudelt? Ihr Narren. Naja. Aber auch da kam denen dann bald irgendwie auch na, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Mit dem lieben Gott. Das kann nicht sein. Der kann das nicht erschaffen haben. Absichtlich. Richtig. Aber du hast dich absichtlich so geschaffen. Du konntest gar nicht anders. Und jetzt ist die Zeit gekommen, dass du geleitet durch das Buch des Lichts dir dessen bewusst wirst und endlich loslässt und umkehrst zurück zur Quelle. Und da haben sie auch geschrieben, wer hat gesehen den zuerst entstandenen, den Knochenhaften, trägt der Knochenlose. Meine Lieben, die Menschheit war mal Knochenlos. Das ist richtig. Vor der feststofflichen Menschheit gab es eine feinstoffliche, nahezu durchsichtige. Die lebte nur von transparierendem und osmosisch durchlaufenden Äther. Da wurde kein Leben zerstört, meine Lieben. Aber es hat uns ja nicht gefallen. Sie hät die Vögel unter dem Himmel. Sie sehen nicht, sie ernten nicht. Der Herr ernährt sie doch. Was haben wir gemacht? Ja. Wir wollten mehr, mehr, mehr. Und so haben die Menschen die Tiere abgesondert. Die Tiere stammen von Menschen ab, leert das Blut zerlegt. Und nun frisst man sich gegenseitig. Leben kann nur auf Kosten anderen Lebenserhalt werden. Gott sei Dank, von Gott gibt es nicht, aber Gott sei Dank ist auch die Zeit der Geschlechtertrennung bald vorbei. Wie im Buch sich vorausgesagt. Es wird keine in Männern und Frauen getrennten mehr geben. Diese Phase, die jetzt kommt von Transmenschen und so weiter, seht man ein Video über Transmenschen. Das ist eine Übergangsphase. Und dann wird die Menschheit wieder geschlechtslos sein. Ja und wie geht es dann weiter? Ja, wie wäre es, wenn ihr euch mit der Lehre befasst? Ja? Cool. Also. Diese Formen, das haben die lieben Muslime, Christen und jüdischen Freunde und natürlich auch die Inder nicht verstanden. Darum brauchen wir das Buch zu sehen. Wie entsteht die Form? Ja? Wie entsteht die Form? Wie entsteht die Form? Da muss man sich mit der Lehre befassen. Die Matrix gibt für jedes Verlangen die entsprechende Erfüllung. Das ist so, wie wenn ich eine Kuchenform habe für einen Teig und tu den Teig rein. Der Teig nimmt genau die Form an oder auch ein Wasser rein. Aber der Teig ist besser, wenn der dann, sagen wir mal, abkühlt und so. dann hat er eben diese Form. Und deshalb haben wir oder waren wir viele Male Mineral, viele Male Pflanzen, viele Male Tiere, viele Male Menschen, bla 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 und so weiter. Ja, meine Lieben, mit einer gewissen Leichtigkeit sollte man das Ganze schon nehmen. Dann ist es nämlich gar nicht so schwer. Und die Wissenschaftler sind ja wütend auf mich. Auch die Archäologen und Astronomen und so. Archäologen auch. Ich beweise in meinem nächsten Video, was ihr bald sehen werdet, dass es den König Solomon gar nicht gab. Dass es die ganze Geschichte nicht gab. Die schlagen sich die Schädel ein um etwas, das es nie gab. Auch kein Tempelberg, auch kein Via Dolorosa, nichts. Man kann es nicht oft genug wiederholen. Da seht ihr mal, wie kindisch die sind. Ich will keine Kinder beleidigen damit. Ja, gut. Und was ist also der Glanz in mir, in uns? Das ist das, was verbleibt, wenn ich mich von allem gelöst habe. Da verbleibe ich, da sterbe ich nicht, da verbleibe ich. Das ist das wahre Leben und es hat keine Dauer. Es ist nicht unendlich, unsterblich. Eine Unsterblichkeit, die einen Anfang hat und kein Ende, das gibt es schon mal gar nicht. Das ist auch wieder kindhaftes Denken. Wunschdenken ist das. Mehr nicht. Was entsteht, muss vergehen. Es sei denn, ihr kennt jemanden, der entstanden ist, der entweder nicht vergehen wird oder der nicht vergangen ist. Gut. Man ist immer noch unversehrt, selbst wenn man sich von allem löst. Ich bin nicht der Körper, ich habe einen Körper. Wenn ich das hier abnehme, bin ich immer noch da. Als Kleidung, ja? Und so haben diese lieben Menschen auch schon in den Veden, die nur noch übertroffen werden, natürlich vom Buch des Lichts, diese Menschen haben festgestellt, dass unser Körper nicht das eigentliche Selbst ist. Richtig. Richtig. Und wir wollen jetzt mal sehen, das kann man gar nicht oft genug wiederholen, ich hoffe, unsere lieben fanatischen Krishna-Leute hören zu, damit sie sehen, warum sie auf dem falschen Pfad sind. Oder sagen wir mal so, nein, warum sie noch nicht das Endziel erreicht haben. Ja? Das Endziel. Gut. Der Körper ist ein Upadhi. Upadhi. Leert das Buch des Lichts. Lest man 13 Sanskrit. Eine Beilegung. Und, ähm, ja, wenn der Körper eine Beilegung ist, würden sie fragen, was ist denn dann, was ist denn dann das Wirkliche Selbst? Ja? Da sagen die lieben Upanishaden Itimaya Shrutan, das, was übrig bleibt, heißt, wenn man vom Körper absieht. Wir haben auch gesucht nach dem wahren Selbst. Ein Junge, der schlau ist, schon ein kleines Kind, wir sagen, Augenblick, ich bin ja nicht der Körper eigentlich. Der verändert sich ständig. Ich war ja mal ein Baby. Hab ich gesagt, ich will jetzt erwachsen werden? Das hab ich doch nicht gesagt. Das verändert sich trotzdem. Ja, dass du das gewollt hast, das ist die Ursache aus vergangenem Leben. Und der Wachstumsprozess wird mit und ohne ohne eine Zustimmung stattfinden. So geht's los. Ja. So. Was ist dann das Wirkliche Selbst, haben sie gefragt. Was übrig bleibt. Das Geistige. Das Geistige. Nun lehrt das Buch das Liedsatz, die genau darin geirrt haben. Denn was die als Geist verstehen, ist nichts anderes als die feinstoffliche Hülle, die noch verbleibt, wenn wir von den anderen Hüllen uns lösen. Das heißt, du bist kein Geist, du hast nur einen Geist. Auch das Geistige bist du nicht. Wir sagen, im Schlaf, in der Reinheit usw. bist du im Geistigen. Das ist richtig, aber das bist du nicht. Wenn man sich auch, wenn man das versteht, dann strebt man auch an, mehr nach innen zu gehen. Das heißt, man strebt an, sich mehr vom Außen zu lösen. Und dieses Geistige, was die da sagen, das ist auch noch äußerlich. Denn der Geist ist nichts anderes, was die und der Geist verstehen, als eine Verlängerung des Körpers. Eine Bewusstseinsstufe. Du bist nicht dein Bewusstsein, du hast nur einen. So radikal, das ist natürlich radikal, ist das Buch des Lieds. Denn auch die Tätigkeit des Geistes, meine Lieben, ich sage immer, der Mensch ist ein geistiges Wesen, ja, aber damit meine ich was anderes. Guckt man darauf an, was man damit meint? Er ist die Monade, die Wesenheit selbst. Aber die kann man nur, diese Wahrheit kann man nur finden, wenn man sich von dem löst, was die Wesenheit nicht ist. Und wenn man die ganze Wahrheit will, dann muss man eben auch die Geisthülle als nicht selbst sehen, als Anata. Diese gänzlich beruhigte Geistigkeit ist eben nicht gänzlich beruhigt, weil in den höchsten Himmeln lebt man damit übrigens. Wunderschön! Ja, wunderschön! Aber eben auch vergänglich. Ja, so. Im Himmel wird übrigens kein Leben zerstört. Da gibt es keine Lebewesen, die man isst. So wie hier. Pflanzen sind ja auch Lebewesen. Aber im Himmel ist alles ein webendes und schwebendes ätherisches Gebilde. Da lebt man aus sich selbst, sozusagen aus dieser Energie. So wie Menschen heute, Heilige, ungestört von der Welt, natürlich sagen wir mal, in den Bergen von reiner Sonnenenergie leben. Ja, das geht. Aber hier geht es nicht, glaub es mir. Hier geht es nicht. Kannst du machen, was du willst. Na gut, bitte. Ich warne euch vor solchen Experimenten. Ja. Und da irren die. In Chandokya Upanishad sagen die schon, das Selbst soll man zu erkennen suchen. Und meine Lieben, das ist ja genauso wie diese Leute, wie Sadgur und so. Du kannst das Selbst nicht erkennen. Du bist das Selbst. Du bist der Erkennende auf allen Ebenen. Und was du erkennst, das kann es ja gar nicht sein. Das heißt, erkennen kannst du nur, was du nicht bist, wenn du ehrlich zu dir bist. Und das Kind kann auch nicht sagen, mit 10 Jahren, sagen wir mal, ich bin dieser kleine Junge, weil in 10 Jahren ist er 20 alt. Kann er dann noch sagen, ich bin der kleine Junge, wenn die Eltern sagen, was ist mit dem los? Ja, ja, ja. Man nimmt so einfach es das eigentlich. Und doch so schwer für viele zu begreifen. Wenn wir im traumlosen Tiefschlaf sind, dann kann man sagen, sind wir dem Nirvana sehr nahe. Das ist richtig. Eine beruhigte Geistigkeit, aber eine beruhigte Vergänglichkeit vielleicht, möglicherweise. Und da gibt es diese schöne Geschichte in den Veden, die das ganz klar zeigt. Die gehen zu ihrem Guru und sagen, was sind wir? Er sagt, dann macht euch mal schön putzig, schön was anziehen und so. Und dann schaut man in diese Wanne im See da ins Wasser rein. Und was habt ihr gesehen? Ja, uns, schön geschmückt und verputzt und alles. Das seid ihr, hat er gesagt. Ach, danke, haben die da, danke, dass du uns das gesagt hast. sind also weggegangen. Nach einer Weile ist dem einen aber vielleicht ein Auge ausgefallen oder ein Zahn oder irgendwas, ja. Und dann sagt er, oh, ich glaube an der Lehre des Meisters, irgendwas hat er uns da falsch gelehrt. Wir gehen mal wieder zurück. Ja, hat er gesagt. Euch hat das nicht befriedigt? Nö. Wir haben gesehen, das sind wir nicht, das rausgeputzt. Ach, wirklich? Sehr interessant. Naja, sagt er, deshalb schmückt ihr dann auch die Leichname so mit Sachen, mit dem Plunder, damit sie in der Nachwelt dann das auch noch haben, oder? Dann sagt er, jetzt passt mal auf, ihr seid ein Geist, sagt er, der im Traum fröhlich herumschwebt und der einmal hier ist mal dort, ja, und so weiter. Und da waren die ganz beglückt und die weggegangen. Plötzlich, der eine mittendrin hat einen Albtraum gehabt, oder was? Ich dachte, da war ich ein Monster. habe jemandem anderen Unrecht getan. Im Traum. Das kann ich doch nicht sein. Sofort zurück zum Meister. Ach, sagt er, das bist du auch nicht. Das wäre interessant. Könnte es sein, sagt der Meister, dass du die falsche Angehensweise hast? Könnte es sein, dass du bereit bist für die Lehre, alles was du wahrnimmst, bist du nicht. Alles was du als veränderlich wahrnimmst. Und das ist eben die Schwierigkeit, mein Lieben, über die Upanishaden und die Krishnaiten und Brahmanen nicht konsequent weitergedacht haben. Ja? Was ist das? Ja, der Bude, dies lässt dir da keine Ruhe. Kannst du noch so viel Hare Hare, Krishna Krishna singt, das, ja? Denn du bist ja auch nicht die Stimme. Du bist doch nicht diese Schwingung. Du bist nicht der Körper, der da singt. Du benutzt den, ja, gerne. Und da lesen wir, O Maghavan, sterblich für war es dieser Körper vom Tode besessen. Er ist der Wohnplatz für jenes unsterbliche Körperlose selbst. Besessen wird der Bekörperte von Lust und Leid und weil er bekörpert ist, ist keine Abwehr möglich der Lust und des Leidens, den Körperlosen aber berühren Lust und Leid nicht. Tja, was ist denn dann die Konsequenz? Wenn man nicht mal unter den eigenen Begehrensattacken und so weiter leiden will. Von Empfindungen getroffen. Körperfrei sein. Aber Körperfrei, das haben die eben nicht verstanden, ist man erst, wenn man wirklich sich von allem gelöst hat in der Meditation. Auch von der sogenannten geistigen Hülle, den die Geist nennen. Und das ist dann der angemessene Zustand. Und da kann man sagen, da haben dann die Upanishaden gesagt, das ist der Urgrund. Geistige Selbst. Aber es ist eben auch eine begrenzte Sichtweise, weil sie haben gesagt, was das ist, versteht ihr? Besser ist zu sagen, was es nicht ist. Ja, das geht. Das ist besser. Da kann ich immer recht haben. Wenn ich wissen will, welchen Kern die Nuss hat, dann mache ich sie auf. Ich entferne das, was der Kern nicht ist. Ja? Vollberuhigte, unsterbliche Geistigkeit haben die Brahmanen und so weiter gesagt. Sie haben gesagt, dass man frei ist, wenn man eins mit Brahmanen ist. Und das, liebe Brahmanen, ist eben falsch. Denn Brahmanen ist bereits eine manifestierte Supermonade. Und wenn du mit der eins bist, wenn du mit der eins bist, bist du immer noch diesseits der Welt der Erscheinung. noch ein Stückchen. Lass auch Brahmanen los, liebe Brahmanen. Traut ihr euch? Oder seid ihr, und die gibt es ja, diese ungeheure Seligkeit des Brahmanen. Wir haben hier die Sanskrit Schrift ganz klar, die sagt, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, ich bin Brahman, ist für diese lieben Menschen, der höchste Zustand. Du bist aber nicht Brahman. Du bist da vielleicht mit ihm eins drin, aber du bist nicht Brahman. Und da haben die sich nicht getraut, sich von einer vergänglichen Struktur zu trennen. Denn auch Brahmanen zieht sich irgendwann, und zwar in dem Fall in etwa 150 Billionen Jahren, zurück in den Urgrund. Also wenn du in Brahman bist, das diesseits der Welt der Erscheinung ist, bist du immer noch nicht im Urgrund. Im Urgrund bist du, wenn du dich auch von Brahmanen löst. Liebe Brahmanen, Krishna Hiten, seid ihr bereit für diese radikale Wahrheit. Radis, radikal, Wurzel. Wir wollen doch zur Wurzel zurück. Die Wurzel ist nicht die erste Erscheinung im Universum, das ist nämlich Brahmanen. Oder Christus, wie du es nennen willst. Die Wurzel ist der Urgrund. Dem entspringen wir, dem entstammen wir, da gehören wir hin, wer wirklich seine ganze Kraft zusammen nimmt und sagt, ich bin bereit, mich von allem zu lösen. Meine Lieben, das ist eine Million Jahre zu früh. Aber ich habe nun mal versprochen, darüber zu sprechen, also mache ich. Die haben gesagt, Atman, Atman, also der Geist, ist Brahman. Könnte fast sagen, sie haben gesagt, die Monade, denn Atman ist nach, das liest auch die Monade, die Wesenheit selbst ist Brahman. Nein! Nein! Haben sie das Gotteswunder, haben sie dann durchdrungen. Satyanastipardherme so habe ich gehört. Man kam aber schon drauf, dass man selber Gott ist, so ist es nicht. So heilig waren die schon, aber sie haben gesagt, Brahman ist er und in Brahman löst er sich auf, das stimmt nicht, das kann man gern machen. Das kann man gern machen. aber das Buch des Lichts, das will ich euch mal sagen, ist der Lehrer für Menschen und Götter, auch für den höchsten Gott. Das Buch des Lichts ist höher als Gott, weil es auch Gott, diesen Brahman, der Superman hatte, eine Ausweich, eine Fluchtmöglichkeit gibt, zurückzukehren. Naja. Und das hat der Meister Eckart auch verstanden, wenn er gesagt hat, der Mensch ist in Wahrheit Gott und Gott ist in Wahrheit Mensch. Er hat wieder gesagt, ich erfahre, empfange in diesem Hindurchbrechen, dass ich und Gott eins sind. Das ist schon wieder eine Beschränkung. eine Beschränkung. Er sagt schon wieder, wer was, wo, wann ist. Lieber sollte er sagen, wer was, wo, wann nicht ist. Diese, diese Einsicht und Energie zu haben, umzudenken. Wir leben in einer geisteskranken Welt, regiert von Geisteskranken. Wir müssen umdenken. Je weiter wir denken in die Welt hinaus, umso schlimmer wird es, ich sage es, wir es sind. Was wir jetzt erleben in der Ukraine und alles, das ist alles Reinkarnation von Atlantischen Kriegen. Und ich habe es immer gesagt, das Blut wird Meter auch spritzen, sind ihr euch? Und da passiert es ja auch und woanders in der Welt auch. Gut. Aber es gibt auch, also wenn du die edle Geburt willst, musst du in den Urgrund zurückkehren. Gut. Aber sie springen immer wieder zurück und sagen, du bist Brahman. Ja. Das Kind ist nicht das Produkt der Eltern. Du bist nicht dein Vater. Du bist nicht deine Mutter. Und die Zeugungsmethode, die wird sich auch bald ändern. Werdet ihr sehen. Es geht alles im Buch des Lichts. Meine Lieben, wie viel Zeit ist denn? Aha, habe ich noch. Gut. Eigentlich müssten wir uns splitternackt machen. Der Grund, warum einige Gurus völlig nackt rumlaufen, ist, was soll das? Ja. So ist es. I am that. A hambr masmi? Nein. Wir könnten fast sagen, ich bin der Urgrund. Aber das bist du auch nicht. Verstehst du? Auch Nirvana ist Anata. Nirvana ist der angemessene Zustand. Das ja. Das ja. Also, lasst uns splitternackt sein. Die erkenntnismäßig, die erkenntnismäßige Ergründung des Urproblems ist so nicht anwendbar, weil man durch Erkenntnis sich selbst nicht finden kann. Es ist sogar ein Vorgang, der gar nicht angemessen ist. Es gibt keine Selbstfindung. Es gibt nur eine Nicht-Selbstfindung. Und wenn man sich von dem, was man als veränderlich erkannter trennt oder bereit ist, sich nicht mehr damit zu identifizieren, dann ist das was an. Dann ist das was an. Weder die Altmeister, also wenn ich mir die Sanskrit-Sachen hier ansehe, weder die Altmeister der indischen Veden, noch die Philosophen, Philosophen, auch die Neuplatoniker, Plotinus oder christlichen Mystiker, auch nicht der große, große, große Meister Eckart. Ja? Der ist wirklich in die Tiefen unseres Wesens gedrungen, meine Lieben. Und das werdet ihr jetzt sehen. Wir drängen langsam dazu. Diese Aufhellung des wirklichen Urgrundes, das ist dem Buch des Lichts vorbehalten und seinen Schülern. Ja? Darum ist das Buch des Lichts eben das Buch der Bücher. Und ich würde jetzt nicht sagen, Retter der Menschheit, weil vielleicht will die sich gar nicht retten lassen, das ist mir egal. Macht was ihr wollt. Ich gebe das hier nur weiter. Ihr könnt doch immer wieder reinkarnieren. Ich sage euch nur, es gibt noch etwas anderes. Ihr könnt zur allerhöchsten Wirklichkeit erwachen. Ja? Denn schaut mal, alles Leiden ist doch bedingt, ob hier auf dem Mars, ob in einem anderen Planeten. Bei jeder Struktur ist das Leid immer bedingt durch den Körper. sich entstehen und vergeben, Krankheit, Tod und so weiter. Ja? Und Laozi hatte völlig recht, als er fragte, was kann den noch quälen, der kein Leid mehr hat? Was kann mich da noch quälen, ich brauche kein Leid mehr. Ich muss mich auch nicht ernähren, ich brauche gar nichts. Das sagt Laozi und man hat ihn nie wirklich verstanden. Der lief da immer nur so rum, so. Er wusste selber nicht, was er machte, aber viele haben erkannt, das ist ein Heiliger, aber der lief so rum, was, so wie dieser eine Philosoph, der mit einer Kerze, mit einer Laterne tags durch Rom gelaufen ist. Und die gesagt, was machst du? Er sagt, ich suche Menschen, Menschen. So ging der Laozi, der wo reinkam, der war, der hat es, pass mal auf, der hat sich bewegt wie ein Autistischer, der war wie, wie als ob er eine, wie soll man das sagen, der hat sich, der hat sich nicht am Platz gefühlt. Der hat sich ständig fehl am Platz gefühlt, der Laozi. Wenn der wo war, sagt er, deshalb hat er sich in sich selbst verkrochen, war allein unter der Brücke und so weiter. Sobald er einen anderen Menschen sah, denn er war ja nicht im Urgrund, er war nicht im Urgrund, er wusste, aber da ist der Urgrund, aber ich bin da, sagt er, ich will, ich habe hier gar nichts zu tun, doch, doch, hatte er. Das war ja seine, das Resultat seiner karmischen Handlungen und so weiter war, dass er da eben, dass er eben, er hatte zwar schon fast alles überwunden, aber irgendwas hat ihn noch zurückgebracht auf einen unangemessenen Zustand, in einem Platz, wo er nicht hingehört. Das hat er voll erkannt. Das Anatar der Welt hat der erkannt. Er hat gesagt, ich weiß nicht, was ich, ich weiß nicht mal, was ich sagen soll. Ich, ich, ja, ja, so ist das, wenn man sich nirgendwo zu Hause fühlt. Und mir geschieht das mehr und mehr in meinem Leben. So, also das muss man aber dann schon wissen, das geht nur, wenn der Körper dir nicht wesenhaft zugehört. wenn du das, wenn du das mal, ja, dann, also, wenn, wenn, wenn du sagst, mein Körper ist untrennbar mit mir verbunden, ja, dann bist du verloren. Dann würde ich sagen, lass, das ist mein Liebes. nabel dich erst mal ab. Nabel dich ab. Inkarniere noch viele Male als Täter und Opfer, bis du endlich für die Lehre bereit bist. Und darum habe ich auch gesagt, meine Lieben, das Buch des Lichts ist ja nicht, die Welt, man ist erst mal für das Buch des Lichts bereit, am Buch des Lichts für die Welt ist es schon längst bereit, aber umgekehrt. Und vielleicht braucht sie es auch gar nicht. Schau mal, wenn du einen Berg hast und noch keiner hat den Berg bestiegen, bis zur Spitze, nur etwa so 100 Meter unter der Spitze, großen Berg, da könntest du jetzt zufrieden sein, wenn du den Berg hochkrabbelst und sagst, jawohl, hier waren die anderen auch, wunderbar. Dann guckst du mal hoch, oh, da ist ja noch was. Na, nichts für mich. Aber irgendeiner kommt und sagt, Augenblick mal, da ist ja noch was. Da muss ich wissen, was das ist. Ja? Was könnte den noch quälen, der kein Leib hat? Ja, das ist dann eben diese Sache. Ja? Aber leidfrei kannst du nur werden, wenn du dich körperfrei gemacht hast. Wenn du, oder, pass auf, wenn du nicht mehr sagst, das bin ich, sondern das bin ich. Und den Begriff ich mit bedacht benutzt. Unter Vorbehalt. Ja? Und die vedischen Seher, wenn ich hin, also die haben das auch erkannt, aber eben nicht in letzter Konsequenz. Das tut mir das Buch, darum ist das Buch, das liest natürlich, jeder Schrift auf Erden überlegen. Auch jeder wissenschaftlichen Schrift. Und darum sollte es Pflichtlektüre werden, an Schulen und Universitäten. Es gibt also eine reine, von jeder Körperlichkeit freie Geistigkeit, einen sogenannten körperlosen Geist. Das gibt es nicht. Das gibt es. Eine Geistigkeit ist immer ausnahmslos an eine körperliche Form gebe. Und dann, ja? Da hat er der Alexander auch gemerkt. Alexander der Große, der 1,50 war. Sokrates war sein Lehrer. Nee, Aristoteles war sein Lehrer. Hat gesagt, du bist der mächtigste Mann auf Erden. Er hat gesagt, der zeigt mir, der zeigt mir, wie es geht. Er hat ihm gezeigt. Da war er der Mächtigste, hat Indien klein gehauen. Nee, äh, ja, nee, Quatsch, Ägypten. Hat auch Indien, auch Ägypten, alles klein gehauen. Er war aber immer noch unzufrieden, das kleine Männlein. Und da hat er gesagt, ich will unsterblich werden. Und kam zu einem Guru. Er hat gesagt, kannst du mich unsterblich machen? Der Guru hat nur angeschaut. Und mit 30 ist Alexander gestorben. So, das ist die Lektion, mein Lieber. Die Bibliotheken hat er zerstört in Alexandrien, wo unser geliebter Patita wohnt, Patita Dikshita, die so viel für das Buch des Lieds getan hat. Die Illustrationen und Ratschläge und so weiter. Zusammen mit Nila Kanta Agni natürlich. Naja, gut. Nicht? Viele Schriften sind verloren gegangen, aber das Buch des Lieds ist jetzt da. Was war das Endresultat der ganzen vedischen Weisheit? Die reine Geistigkeit. Und sowas gibt es nicht. Die Monade ist, wenn überhaupt etwas, die Wesenheit hat einen Punkt ohne Ausdehnung. Jetzt mach was draus. Das ist eine gewagte Definition. Darum sollte man sich lieber dem zuwenden, was man wahrnimmt und sagen, es verändert sich, das bin ich nicht. Also reine Geistigkeit, das ist eine Ich weiß nicht, wie ein eisernes Stück Holz oder sowas. Jede körperliche Form ist dem Tode unterworfen. Dem Tode. Ja. Muss man sagen. Und darum gibt es auch keinen unsterblichen Geist und es gibt auch keinen unsterblichen Körper. Die Monade ist zeitlos ewig die Wesenheit. Die wurde nicht. Schau mal. Was die Religionen von ihrem angeblichen Gott behaupten, dass keiner ihn erschaffen hätte, dass der immer da war, das lehrt das Buch des Lichts von allem. Alles ist immer da und manifestiert periodisch. Drei sind immer da. Alle Wesenheiten. Der Urgrund. Die Urmaterie. Wenn die Wesenheit in den Urgrund verlassen und in die Matrix fallen, dann entstehen die Formen gebildet aus der Urmaterie, die abstrakter Natur ist, von diesem Standpunkt ausgesehen. Und so entwickeln sich die Formen. Die Urmaterie ist wie Kuchenformen in der Bäckerei. Die eine Form hat eine Sternform, die andere hat eine andere Form. Sieht aus wie eine Banane oder wie ein kleines Tier, irgend so was. Wie ein Elefant, Marzipan-Elefant. Ja. Es war immer das, was der Bäcker da reintut in die Form. Und was ihr reingetan habt, ihr als Wesenheit, in die Matrix, diesen Verlangenszustand, dem hat sie Rechnung getragen und hat euch die Form serviert. Bitte. Und ihr, durchdrungen, ich auch, von Verlangen, von Gier, von Trishna, von Durst, haben uns identifiziert mit dieser Form. Und wenn wir so und so und so und so lange Mineral waren, da haben wir uns gedacht, das kann es nicht sein. Und wieder hat die Urmaterie unserer neuen, entstehenden Gier die Form gegeben. Pflanze. Vom Niedersten bis zum Höchsten Struktur. Dann gibt es die Fleisch fressenden Pflanzen, die der Übergang sind, Dermonade von Pflanze zum Tierreich. Ja? Naja, gut. Ich bin wieder ins Tausendste. Schaut mal. Geist. Das musst du dir mal vorstellen, liebe Brahmanen und so weiter. Geist ist immer gleichzusetzen mit Bewusstsein. Und Bewusstsein bist du auch nicht. Das hast du nur. Du hast zum Beispiel ein Riechbewusstsein. Das entsteht durch Berührung. Ja? Durch Einschlag. Das Geruch, das Materie. Es gibt Leute, die können sich satt riechen. Ja, die Köche, die stehen lange in der Küche, die sagen, wenn ich jetzt dann was essen soll, ich habe schon die ganzen Gerüche eingeatmet, dann habe ich ja keinen Hunger mehr. Also es gibt ein Hörbewusstsein, ein Riechbewusstsein, ein Schmeckbewusstsein, ein Denkbewusstsein. Und genau das alles bist du nicht. Und darum sind diese armen, irregeleiteten, Möchtegern-Gurus auf dem Internet und sonst wo, die sagen, du hast dein Bewusstsein erweitern. Ja, bist du denn von Sinnen? Lösen kannst du dich von deinem Bewusstsein. Du sollst bewusst frei werden, wenn du möchtest. Denn ein Bewusstsein ist immer nach außen gerichtet. Natürlich kann man sich, wenn man sich vom Bewusstsein löst oder in der Meditation erlangt man ein etwas, ja, ein etwas geistigeres, feinstoffliches Bewusstsein. Das stimmt. Aber da darfst du nicht, wie die Weden das machen und die Brahmanen und die Christen, Muslime und alle mehr oder weniger, da darfst du nicht verbleiben, wenn du denn die Spitze des Berges willst. Dann musst du dich auch von dem Bewusstsein lösen. Das geschieht durch Beobachtung der jeweiligen Situation. Und du wirst sehen, das wird du machen, bumm, und dann bist du plötzlich von den Hüllen frei. Bei manchen geschieht, das haben wir schon beschrieben. Übertreib es nicht, wenn du keine Störungen haben willst. Stück für Stück kommt das Glück, das wahre Glück. Ja? Denn du empfindest ja zuerst was und dann nimmt man das Empfundene wahr und dann überdenkt man das und so weiter und so weiter und das fasst man dann zusammen unter dem Begriff Geist. In Nirvana gibt es keine Ohren, gibt es keine Nase. All das sind Beilegungen, die gibt es nur diesseits der Welt der Erscheinungen, welche wiederum die Totalsumme aller Wesen in der Manifestation ist. Das ist die sogenannte Natur. Nichts anderes. Ich weiß nicht, was du da für ein Geheimnis reinlegst. Alle Wesenheiten, die den Urgrund verlassen. Die Natur ist nichts anderes als der jeweilige Verlangungszustand, unterschiedliche Verlangungszustand dieser Wesenheit. Wo du hinschaust. Jedes Atom ist in Gott im Werden, das ist aus Göttern zusammengesetzt. Auch wenn es Chemie ist, sind trotzdem auch Strukturen, sind Monaden, die übernehmen. Liebe Chemielehrer, wenn ihr die Periodentafel mal richtig verstehen würdet, dann würdet ihr sehen, dass die Elemente miteinander agieren, weil sie Karma miteinander haben. Wahlverwandtschaft. Naja. Also, was habe ich hier noch? Ich habe hier die von den von den Upanishaden. Schauen wir mal zum Beispiel, Manusrupa, Manusrupa, das ist der Gedankenkörper. Ja. Viele Menschen sagen, gut, ich löse mich von allen, aber denken, das kann ich nicht, das bin ich. Wirklich, ja, ich kann nachts nicht einschlafen. Manchmal, durch das Denken. Und dann endlich kann ich schlafen. Aber das Denken holt mich wieder ein in der Früh. Richtig. Das bist du aber nicht. In der Meditation wirst du sehen, es gibt Situationen, wo du dich, wo du nicht mehr denkst und doch da bist. Und wenn es nur Sekundenbruchteile sind. Ich kann in der Meditation stundenlang sagen, ich denke auch nicht mehr. No problem. Das kannst du auch. Du bist also nicht das Denken, du hast nur einen Gehirn. Du benutzt das Gehirn. Das ja. Darum ist ja auch das Höchste die Aufhebung aller Wahrnehmung und Empfindung. Sanjave de Yetaniroda. Denn auch die Empfindung bist du nicht, die trifft dich nur. Auch den Heiligen trifft die Empfindung. Auch der Heilige, schaut mal das Video an, die Lüste der Heiligen, mag auch Lustempfindungen haben, nur er gibt ihnen nicht nach. Der schüttelte ganz locker ab durch Beobachten. Der Buddha wurde von tonnenweisen Dämonen getroffen von den Empfindungen. Meistens sexuelle, weil er hat ja ein Harem gehabt von 100 Frauen. Entschuldigung. Ja. Und die Lust, die er da als junger Mann wahrscheinlich gehabt hat, die hat er dann, hat ihn da eingeholt. Na gut, egal. Es gibt also keinen selbstständigen Geist ohne einen Körpersgatzen. Ja, ist das nicht Materialismus? Nein! Wir tragen den berechtigten Einwand des Materialismus Rechnung, dass es einen Geist ohne Körper nicht geben kann. Wir sagen nicht, es gibt die Wesenheit nicht. Wenn diese lieben Menschen sagen, der Geist, dann meinen die die Wesenheit selbst und das ist eben nicht. Weil sie immer noch einen Zustand beschreiben. Ein kleines Stückchen noch, von dem man sich lösen könnte, wenn man es denn will. Ja? Meine Lieben, Mal sehen, wie viel Zeit ist es vergangen. Ja, jetzt bald wieder für den Teil Oje. Oje, oje, oje. Na gut. Ja? Trilogie. Hm, 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 hm. Also mein eigentliches Ich, das eigentliche Aham, das eigentliche Aham, da müsste ja ein Merkmal da sein. Ja? Dieses Merkmal, jetzt hört gut zu, dieses Merkmal ist gegeben dadurch, dass du etwas entstehen und vergehen siehst. Infolge dieser Vergänglichkeit bringt es dir Leiden und darum kannst du das nicht sein. Ja, bis er kein Mal so ist, oder? du spürst den Einschlag. Ja, wenn etwas von irgendwo einschlägt, das bin ich ja nicht, das kommt ja von irgendwo. Das sind auch Verlangensmomente, denen habe ich so viele Leben nachgegeben, wer weiß. Ja? Schau mal, der Körper besteht restlos aus den außen materiellen Elementen der Außenwelt. Und die werden ja, ich habe von Chemie gesprochen, werden ja dann überführt in hochwertige chemische Verbindungen, alles bedingt durch Karma, der Wesenheiten, deren Körper übrigens die chemischen Elemente sind, nebenbei gesagt. Und dann, die müssen ja assimiliert werden, das geschieht durch Ernährung, ja? Und die müssen ja ständig sein, sozusagen, damit der Körper die Stoffe verbraucht und wieder abbaut. Und da ist eben der Stoffwechsel da. Und dieser Stoffwechsel, den verursachst du. Jetzt wirst du sagen, ja, ich möchte den Stoffwechsel nicht haben, ich hätte lieber einen besseren, und ich bin zu dick oder sonst was. Du hast ihn durch deinen Verlangensdruck vom vergangenen Leben schon verursacht. Und schau mal, wir haben darüber gesprochen, die Urmaterie gewährt dir die Formen, die aber wieder verschwinden. Jetzt dein Verlangen lässt die Formen auf neue entstehen und da ist schon innerhalb eines Lebens immer die Welle des Stoffwechsels, der Zellerneuerung. Alle paar Jahre hat dein Körper, das wird dir jeder ehrliche Arzt bestätigen, hat dein Körper völlig neue Zellen, auch das Gehirn alles. Wenn du der Körper wärst, dann kannst du dich gar nicht mehr erinnern. Ich bin 77. Ich bin mindestens, mindestens, naja, 15 Mal neuen Körper gehabt, wenn ich erstmal die Jahre ein bisschen drückt. Dann dürfte ich mich doch gar nicht mehr erinnern, wie ich mal jung war. Gar nicht trotzdem, weil ich nicht der Körper bin. Und jetzt kommt, pass auf, je mehr du dich mit der Lehre befasst, kann es sein, und das ist für viele sehr störend, aber es ist immer so, dass plötzlich du die Möglichkeit hast, dich nicht nur an deine Kindheit zu erinnern, sondern vergangene Leben tauchen vor dir auf. Und das ist nicht immer angenehm, was man da gemacht hat. Aber wenn das passiert, bist du trotzdem schon bereit, durch die Lehre gestellt, und du weißt, und du urteilst auch nicht mehr so, denn du weißt, alles Schlimme hast du bereits getan. Du. Und wärst du nicht in dieser Welt, in der es so viel Schlimmes gibt, das hast du auch getan. Bis jetzt vielleicht aber nach höheren Stufe, wenn du die schlimmen Sachen nicht machst, aber man weiß ja nicht, welches unerledigte Karma bei dir noch drin ist. Ja. Also der Körper verändert sich ständig, und man beklagt den Wechsel des Körpers. Nicht, der alte Mensch sagt, oh, war aber schön, wie ich jung war, könnte gar nicht sagen, wenn er der Körper wäre. Dürfte sich gar nicht mehr erinnern, wenn er der sich veränderte Körper ist. Unmöglich. Ja. Man klagt über etwas, was schon längst vorbei ist. Wenn du untergegangen wärst mit dem Körper, dann würdest du gar nicht mehr klagen. Du kannst dich nicht mehr erinnern. Und der Untergang des Körpers, den ich hatte, oder den ich hatte als Kind, als Jüngling, als Mann, der wird mich auch nicht mitnehmen, jetzt, wo ich ganz alt bin. Ja. Wird mich nicht mitnehmen. Also ist der Körper nicht mein Ich. so ist das. Aha, die Zeit rennt. Und wir sind also, meine Lieben, unsere geistigen Funktionen, auch hier erklärt bei einem Buch zu kennen. Unsere geistigen Funktionen betreffend sind wir an die stofflichen Sinnesorgane des Körpers gebunden. Nicht für eine ewige Fessel, aber doch ganz schön. Und das ist eben der Zustand, schau mal, die gesamte Menschheit heute, uns eingeschlossen, ist in einem derartigen Anhaftungszustand, der ist aber nicht mehr ganz so schlimm wie früher. Früher haben sich die so mit dem Körper identifiziert. Früher die Menschen sind 10.000, 20.000 Jahre alt geworden, kein Problem. Und trotzdem war Körperlichkeit da, Anhaftungspotenzial. Und jetzt sind wir aber wieder auf dem aufsteigenden Ast, Bogen, zurück zur Quelle, und eine Vergeistigung der Formen findet statt. Und damit auch ein Ende der Trennung in Geschlechter. Und des Trans und des Homosexuellen und alles, das sind nur Zwischenstadien, wo es ebenso unangebracht ist, sich damit zu identifizieren, wie es unangebracht war, dass die Männer sich als Männer identifizierten und die Frauen als Frauen. Wir hätten längst durch diesen Zustand hindurch sein müssen. Die Trennung der Geschlechter, die vor 18 Millionen Jahren stattfand, die hätte nicht sein müssen. Na gut, okay. Und schau mal, du hast Durst und es drängt dich nach dem Leben und das hält automatisch den Stoffwechsel in Gang. Aber irgendwann, wenn du einen Stein in den See schmeißt, in die glatte Oberfläche, kommen Wellen. Aber irgendwann ruhen die auch. Egal, wie stark dein Drang ist. Und wenn du einen großen Felsen reinschmeißt, dann entstehen vielleicht 20 Meter hohe Wellen, aber irgendwann ruht das auch. Und so ist das eben mit dem Stoffwechsel, der irgendwann löst der Körper von dir die Welle als Form gesehen, verschwindet, aber die Essenz verbleibt. Ja? Der Körper ist verunreinigt. Das ist eine Verunreinigung spricht zu dir. Ja, eine Verunreinigung. Der absolut reine Ich, eine absolut reine Wesenheit ging in einen absolut unreinen Leib ein, den ich mir aber selber zusammengeschneidert habe. Den habe ich verursacht, sonst gar niemand. Ja, und da kommt die Verliebtheit in den Körper. Stolz. Wisst ihr, warum ich, ich habe jetzt schon über 10 Kilo abgenommen, warum ich nochmal 5 Kilo abnehmen werde, dann bin ich 55 Kilo. Ich will schlank sterben. Ja? Wenn ein fetter Mensch stirbt, ist der Verwesungs- und Ablösungsvorgang von der Wesenheit, die mit der Leiche noch verbunden ist, kann sehr unangenehm und schmerzhaft sein. Ja. Dann lieber verbrennen. Denn die ganzen viralen Krankheiten und alle, die kommen alle aus Prä- und postatlantischen Zeiten, dann die Menschen, wie die gestorben sind, sind ihre Krankheiten auch in der Erde verrottet und haben den ganzen Erdball verschmutzt. Daher kommen wirklich die viralen Krankheiten. Ja, auch aus Laboratorien und so nachlassen. Gut. Und da muss ich sagen, da, wenn ich mir Likabia Mahali Senyut Nikaya nicht das übersetze, der absolut reine geht in den absolut unreinen Leib ein. Da habt das der absolut und wir spielen damit wie mit Sandburgen und das ist Samyut Nikaya 23, da steht ganz drin, die Knaben und Mädchen gegenüber diesem Sandburgen sind nicht frei von Gier, von Wunsch, nicht frei von Zuneigung und Durst, so lange sind sie diesen Sandburgen zugeneigt, sie ergötzen sich an ihnen, sind besorgt und sie betrachten sie als zu sich gehörig, sobald sie aber gegenüber diesen Sandburgen frei geworden sind von Gier, von Wunsch, frei von Zuneigung und Durst, bringen sie mit Händen und Füßen diese vergänglichen Formen zur Vernichtung, zerstören sie, hören auf mit ihnen zu spielen. Das ist natürlich keine Aufforderung zum Selbstmord, meine Lieben, müsst ihr nicht denken, aber das sagt ihr ganz gleich, ebenso Rathur, bringe du den Körper und Geist zum Zusammensturz, vernichte sie, zerstöre sie, höre auf mit ihnen zu spielen, widme dich der Vernichtung des Durstes nach ihnen. Und wenn uns da ein Durst ankommt, von dem wir wissen, er sollte, wenn wir dem nachgehen, ist das ganz schlecht, wir beobachten ihn mit scharfer Achtsamkeit, und ich garantiere euch früher oder später, wenn wir ihn meditativ beobachten, wird das Verlangen verschwinden. Einer gesagt, er hatte eine Erektion, hat er mal gehabt und da hat er einfach das mal beobachtet und dann ist sie verschwunden. Na gut, wir haben das Thema jetzt mal lassen. So ist das, meine Lieben, und im Teil 3, da werden wir uns mit dem Thema befassen, was sind wir dann, wenn wir weder Körper noch Geist sind. Der Mensch will ja immer eine Definition, sonst gibt er keine Ruhe. Ehre sei dem Buch des Lichts. Hihos de la Luz Hihos de la Luz Escuchenme Vienen de todas partes a ver el ángel de la Luz y se toman de las manos y se esperan hasta la noche Hihos de la Luz Hihos de la Luz Escuchenme Hihos de la Luz Felicitad Verdad Libertad Hihos de esperanza Para un nuevo mundo, de amor y de paz. Puedes sentirla, puedes sentirla, puedes sentirla. ¡Gracias! Yo creo en amor, amor y paz. Sois inocentes, sois simples. Sois como niños, perdona.